Hier stehen wir in Hildbolstein, zweites Heimspiel im neuen Jahrzehnt, im Jahr 2020, genau am 12. Januar 2020. Eingangsdoppel Alex Flemming hat den Ball in der Hand der frischgebackene Sportler des Jahres im Landkreis Roth für das Jahr 2019. Vorgestern gekürt mit dem Argentinier Francisco Sanchi und es geht gegen den Titicis UL Sport Homburg. Applaus 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 Ah! 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 Ja, der ist dersohalle. Ah! Bravo! Oh! Oh, fuck! Yo! Bravo!